Lalilu, nur der Mann im Montschau zu Dass man die Steuerung wieder gewöhnt, das ging so, genau Sondern weil ich gehofft habe, dass ein Update kommt, aber da nur ein Entwickler im Spiel beteiligt ist, ist natürlich das Update momentan ein bisschen Bisschen, bisschen, bisschen schwer. Ich habe gehört, man kann sich, ah, guck mal hier Aha, okay So, dann hat man War das das, oder? Welches war das? Das hier, glaube ich, gell? Oder doch, das war das vier? Äh, keine Ahnung Ja, ich habe mehrere Tipps bekommen, ich möchte mich dabei ganz herzlich bei den Leuten bedanken, die sich da drum scheren, dass da auch nichts, dass da auch alles weitergeht, so wie es ist Ähm, kleinen Moment So, da bin ich wieder, da hatte ich im Hintergrund gerade noch ein Programm an, deswegen hat es gerade ein bisschen geruggelt So, okay Ja, wir legen natürlich gleich los, wir brauchen eine Menge Holz auf jeden Fall erst mal Und wir werden das gar nicht erzählen Also, vielen Dank für die ganzen zahlreichen Kommentare momentan, die unter dem Video sind Es sind wirklich viel, also, mehr als bei anderen Let's Plays Wahrscheinlich, weil es noch gerade so neu ist und ich vieles in dem Spiel nicht kennen Mir wurde erklärt, wie ich Fackeln machen kann, mir wurde erklärt, wie ich Favoriten festlegen kann, mir wurde erklärt, wie ich Aha Und Die waren aufheben, die aufheben war, war das eh oder war das, ich weiß das gar nicht mehr Ne, das war das, okay Lalalala, lalalalalala Und es wurde gesagt, die soll aufhören zu singen im Let's Play Ähm Baumstämme Wo sind die hin Sind die nur hin Es ergibt doch gar keinen Sinn Ja, es wurde gesagt, ich soll aufhören zu singen im Let's Play, weil es absolut trottig klingt Und das stimmt natürlich auch, aber, äh Gerne, deswegen mache ich es ja Ach, da unten sind die Guck mal her, ihr Jungs Oh, hallo Ich bin gerade auf der Suche eigentlich gewesen nach, ähm Nein Dem Setzling Ähm, ich will mal ganz kurz was testen Und zwar soll man sich doch eigentlich auch eine Sichel machen können Die würde ich mir wirklich gerne mal machen jetzt, ne Hücha Ach, da unten haben wir noch unsere Geheimbasis versucht einzurichten Also wir haben angefangen damit Ja Wie gesagt, ich habe mich gerade informiert Also es gibt mal und da noch kein Update, kein neues Ähm Wir könnten mal Wieso habe ich eigentlich Achso, das ist automatisch ausgeblendet Hm, lecker Okay Bauelemente Werkbänke, Sitze, Verschiedenes, die will ich nicht Rohstoffe Sichel Ein Sichelblatt Verschiedene Werkbänke Leitern Verschiedenes Ah stimmt, Poster Warte mal, Poster Verschiedenes Poster Poster will ich mal noch ein paar machen Lalalalalala Geht das auch hier, oder was Ach, hier geht es ja noch Ach, so Aha Flup 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 Aha, aha, aha Okay, interessant Ein Eisenblatt Ich noch für den Kompass So Rohstoffe, Werkzeuge Ne, Werkzeuge war es nicht Hilfsmittel Kompass Hä? Aha Okay Äh, verstehe Die Poster haben sich gerade über das ganze Inventar einfach komplett gezogen Ähm Ja, das war natürlich super von Ach, das geht nur Achso Ha, gut Fail Okay, dann machen wir mal ganz kurz die Poster Das ja jetzt, das habe ich natürlich hier wieder super skill bewiesen Ähm Moment Dann machen wir mal ganz kurz Das war natürlich jetzt super Aktion von mir Klack Klack Die drei Und zwar möchte ich da Bilder hochladen Ähm Moment Du Wo habe ich denn das hingemacht? Ähm Deskop Laufwerk C User Dadada Bilder Wo haben wir denn Bilder, 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 Bilder Wo sind Bilder? Pictures Ähm Rising World Da haben wir es Okay Okay, nehmen wir mal das Nehmen wir mal das Nehmen wir mal das Nehmen wir mal das Super, okay Bild verwenden Ah, okay Ähm Jetzt haben wir die vier Ähm Ähm So Ich habe hier ein paar Bilder rausgesucht Extra für das Display Um zu gucken Um mal hier ein bisschen abwechselnd reinzubringen Bild verwenden Und Klack Die können wir dann immer noch runternehmen Oder erstmal will ich die jetzt hier aufhängen Ähm E Okay So Jetzt habe ich mal für Bilder aufgehangen Problem ist natürlich Jetzt habe ich Ähm Eine Menge Bilder, die ich gar nicht brauche Deswegen darf ich jetzt einfach mal hier rauskommen Klack, 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 klack Wie dumm von mir einfach nur Ich dachte, die stacken sich Deswegen habe ich das gemacht Wie geil, guck mal hier Hui, Bilderhaufen Wie cool Ich hoffe, das bleibt da unten liegen Das sieht so ein bisschen unordentlich aus Das gefällt mir Das gefällt mir Okay Also noch in vorne Ein Eisenblättchen herstellen Komponenten herstellen Dann stellen wir uns ein Sichelblatt her Eine Sensenhake her Ein Hackenkopf her Ein Vorschlaghammer her Und jetzt gehen wir da rein Und machen Bei Hilfsmittel Uns einen Kompass Und dann machen wir uns Bei Werkzeuge mal Ich brauche Stöcker noch Grafting Rohstoffe Holz Stock Werkzeuge Jagdmesser Sichel Haben wir da Flap Nudelholz Sensen brauchen wir mehr Stöcker Haken brauchen wir mehr Stöcker Vorschlag haben wir können wir machen Um Stein einzukletten Ich glaube, Moment Dann Will ich mal ganz kurz Den harten Kopf hierher tun Dann will ich mal ganz kurz Den Sichelkopf hierher tun Obwohl, die Sichel wäre doch theoretisch schon besser Als das, was wir haben, oder? Äh, Moment Die Sichel ist doch sicher besser, als das, was wir haben Rohstoffe Stock Stock Und Rohstoffe Werkzeuge Nudelholz Sichel Sense Ne, Sense ist besser, so meine ich das Okay, dann tun wir mal die Sichel hierher Dann die Melone Melone Hierher Dann kommt das hierher Und der Vorschlag kann man mal probieren Und dann testen wir mal wieder aus Aber erst gehen wir schlafen Und machen dabei die Tür zu Denn es wird Nacht Mit dem Bild schläft man noch gerne ein Aja stimmt, da war noch was Stimmt, da war ja noch was Und zwar bei Fackeln Müsste man das sein Lichter Fackelhalterung, genau da sind sie nämlich Und da braucht man Eisenstäbe für, die wir natürlich nicht haben Eisenstabmittel Brauche ich da mittleren, oder? Lichter, Fackelhalterung Klein brauchen wir da Okay, ja, ich finde es momentan echt ein bisschen doof, dass noch nicht daran gedacht wurde, dass man da mal Also, dass es ein bisschen lange dauert halt Mit den Updates, ja gut, das ist natürlich daran gedacht worden, aber ihr wisst ja, was ich meine Dass das so lange dauert alles, aber es geht halt momentan nicht anders Weil nur ein Typ da mit dabei sitzt Ja, hm, naja Okay, jetzt testen wir das einfach mal aus Wir haben es ja sowieso ein bisschen dunkel drin noch, gell? Da machen wir einfach mal die vier, ist das glaube ich gewesen? Genau Und dann die drei Schaden bekomme ich keinen, okay Das ist ja cool Wir machen das selbe hier nochmal Vier Moment Super, okay So, dann will ich mal ausprobieren, was die fünf jetzt macht Aha Interessant Das ist wirklich sehr interessant, weil da kann man hier ums Haus herum mal so ein bisschen wegholzen, das mache ich gleich mal Das ist natürlich geil, weil dann hat man hier ein bisschen mehr, was hier los ist Sehr geil Das ist natürlich ein bisschen aufwendig, aber ich meine, ist es im Wert zum richtigen Leben ja auch Von daher ist es vollkommen okay Habe ich also kein Problem damit Und gerade ums Haus herum sollte es dann doch ein bisschen weggemacht sein, damit man da auch gut arbeiten kann So Nun gehen da wird das auch weg Ich weiß nicht, ob wir die jetzt aufgesammelt haben oder ob die weg war jetzt Das kann ich so jetzt gar nicht sagen So, einmal ums Haus herum geschniegt Ist ja geil Dass dann sowas gedacht wurde, einfach mal im Spiel Aber ich hätte halt echt schön Also es ist halt als nächstes Update noch nichts geplant Ich habe gerade geschaut gehabt, aber Ja, ich hoffe sehr, dass es hier um die Rohstoffe handelt oder um Monster Eins von beiden Hat der angekündigt, wir machen erst mal unser Haus fertig hier Und schauen dann, ob da was gemacht wurde So, dann haben wir ja noch Zeit So Upp Schwein Irgendwo ist ein Schwein, ich sehe es aber gerade nicht Ach da hinten, ach so So, weg damit Weg damit, weg damit, weg damit Es gibt anscheinend auch einen Befehlsmod, mit dem man sich alles geben kann Hier, also so Ingame-Mods Äh, wie zum Beispiel Gift-Player Und dann so und so viel Von dem und dem Ist nicht schlecht, aber Muss jetzt nicht sein Wir wollen das ja schon, äh, ohne sowas spielen Finde ich So Der hat mal ringsum das Haus mal ein bisschen frei gemacht Dann würde ich gleich mal An einigen Stellen zuschlagen Das ist, wenn wir also auch Funktioniert es auch bei Erde oder nur bei Stein Moment, vier Wahrscheinlich zu gehen Ich gehe mal kurz runter in die Mine Nur zum testen halt Und das Ding mal ja auszuprobieren Muss ja sein Äh, muss man sein Kann man nicht einfach sagen Hier, bla bla Sondern Oh, ist das hier Diese Löcher, ne Achso, kriegen wir doch was raus Das wäre natürlich super geil Wo ist denn unsere Mine da hinten Aha Wäre natürlich super, wenn wir damit was rauskriegen würden Auch noch an Stein So, war der Problem ganz kurz mal aus Äh, ich habe momentan 48 Steine im Inventar Glaubst du, da kriegt man nichts raus Das ist nur zu verschönern da Ist aber auch nicht schlecht Okay, das ist Erde hier anscheinend gewesen gerade Alles hier dann an einigen Stellen, okay